So, wir sind jetzt wieder in diesem Hotel. BRKW läuft. Da ist die BRKW-Steuerung. Hier ist das BRKW. Da ist die Abgasführung fürs BRKW. Abisoliert. Da ist der Wärmeverteilerschrank. Hier ist der Kühler fürs BRKW. Zusatzspeicherbehälter. Hier ist der Energiespeicher. Hybridspeicher fürs BRKW. Das ist der Dieselheizöl. Der Druck hat ein bisschen mehr als die Gase für BRKWs. Aber es steht ja sowieso Heizraum. Das ist der Bau voitisch. Stellte dann fahren. Wir fragen einmal Sachen. Das braucht's für einjournaltenes Koproduktation. Das ist der wichtigsten Straße. Wir fragen, wie ich It Ergebnis habe. 50 Prozent. Die AKB läuft praktisch durch, weil der Lärmebedarf in diesem Hotel sehr, sehr groß ist. Sehr groß. Die AKB läuft rund um die Uhr. Ein paar kleine Auszeitenwarn. Sieht man hier. Zwischen 0 und 3 Uhr. Jetzt mal aus. Hier ist der Ölwechselautomat. Wärmeverteiler. Abgasführung. Hier ist die Ölpumpe. Abgas. Hier sind die Regelkreise, wie die Temperaturenregel für das BRKW und für die Speicher. Über die Wärme vom BRKW ausgekoppelt. In den Wärmetauscher-Werhälter. Eine Woche im Betrieb. Alles in Ordnung. Danke. Hallo, der Leण angeht. Wie. Heute ist der Deiner Wärme. Das ist der Leiden. Der Leiden für den Ölges in der Leiden. Der Leiden wird in der Leiden. Wie. Sieg Palak. Duas, Was. wo ist